Ich begrüße euch zu meinem 18. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Europa und EU. Häufig wird, wenn von Europa geredet wird, die Europäische Union gemeint. Viele vermischen die EU mit Europa, ohne zu berücksichtigen, dass die EU aus 27 Ländern, Europa jedoch aus 46 Ländern besteht. Europa ist aus meiner Sicht der schönste Kontinent auf diesem Planeten. Wenn ich in ein anderes europäisches Land in den Urlaub fahre, genieße ich es, in eine andere, fremde Kultur einzutauchen. Ich genieße es förmlich, mal etwas anderes zu erleben, als das, was ich in meinem Alltag jeden Tag vorfinde. Jetzt wurde eine Organisation in Europa gegründet, die Europäische Union, welche versucht, alle Länder in Europa anzugleichen. Wieso sollte man, wenn man in jedem europäischen Land dasselbe vorfindet wie zu Hause, noch in ein anderes Land verreisen? Dieses Angleichen, sollte es erfolgreich sein, zerstört den Tourismus. Wenn ich in Griechenland zum Beispiel das Gleiche vorfinde wie zu Hause in Deutschland, brauche ich nicht mehr dorthin zu verreisen und kann gleich zu Hause bleiben. Ursprünglich geplant als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hatte diese Organisation als Bündnis Europäischer Nationalstaaten Gutes bewirkt. Freie Handel, Reisefreiheit, Arbeitsfreiheit und Zollfreiheit sind gute Errungenschaften. Das Projekt EU als Friedensprojekt ist löblich. Wer miteinander Handel betreibt, führt keine Kriege. Seit jedoch die EWG angefangen hat, sich in politische Entscheidungen der Nationalstaaten einzumischen und sich zu dem Zweck in Europäische Union, oder kurz EU, umbenannt hat, läuft das Projekt in die falsche Richtung. Es wird versucht, alle Länder der EU gleich zu machen. Gleichmacherei ist jedoch das Falscheste, was man machen kann. Wenn die EU die Möglichkeiten koordiniert, um die Errungenschaften zu erhalten, kann dieses unterstützt werden. Dafür bedarf es jedoch keines eigenen Parlamentes. Wenn ein Land in ein anderes Land etwas verkaufen will, gelten immer die Handelsgesetze des Ziellandes. Wenn zum Beispiel ein Händler im Land A eine Ware anbietet, die in Land B nicht zugelassen ist, ist der Handel eben nicht möglich. Es steht dem Händler ja frei, für den Handel mit Land B ein Produkt zu entwerfen und anzubieten, welches zugelassen ist. Durch die Einmischung in die Gesetze der Nationalstaaten sind mittlerweile Bestimmungen in Kraft getreten, welche wenig Sinn ergeben. Aus meiner Sicht hatten die Personen, die meinen, Gesetze entwickeln zu wollen, einfach nur Langeweile. Die traditionelle Glühlampe wurde durch quecksilberhaltige und somit gesundheitsgefährdende Sparlampen ausgetauscht. Der Neuerwerb von Glühlampen ist nicht mehr möglich. Das ist ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit eines jeden einzelnen Bürgers. Ebenso schwachsinnig sind Entscheidungen, die Krümmung von Gurken und Bananen betreffend, die Mindestfüllmenge von Kondomen oder die Knetrichtung für Pizzateig. An einem Punkt, an dem die EU hätte beweisen können, dass sie Sinn ergibt, hat sie versagt. Bei der Sicherung der Außengrenzen im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015. Dieser Zustand einer effektiven Grenzsicherung konnte bis heute im Jahr 2020 nicht verbessert werden. Stattdessen wird Schlepperbanden für den Transport von vermeintlichen Flüchtlingen ein Millionengeschäft ermöglicht. Ein Video zum Thema Migration findet ihr oben unter dem i. In der Corona-Pandemie hätte durch schnelles Handeln der Europäischen Union eine Ausbreitung verhindert werden können. Auch hier hätte die EU beweisen können, dass sie einen Sinn macht, hat aber wieder mal versagt. Diese Krise hat aber auch bewiesen, dass die Nationalstaaten handlungsfähiger sind, wenn sie aktiv werden, ohne auf die EU zu warten. Wegen dem Versagen der EU wurden den Bürger Ausgangsbegrenzungen aufgebürdet, welche hätten verhindert werden können. Wenn gute Ansätze verfolgt werden, wie zum Beispiel die Abschaffung der Zeitumstellung zweimal im Jahr, versagt die EU bei der Umstellung, weil gute Ansätze nicht zu Ende gedacht werden. Um Europa zu erhalten und nicht zu zerstören, ist die Schaffung eines europäischen Superstaates, wie die Vereinigten Staaten von Europa, in jedem Fall zu verhindern. Jeder Nationalstaat muss seine volle Souveränität behalten, sodass die EU nur noch mit einem Konferenzkonstrukt, wie zum Beispiel G7 oder G20, zu vergleichen wäre. Alles, was nicht in den Nationalstaaten geregelt werden kann, kann durch dieses Konferenzsystem organisiert werden. Europa lebt von Vielfalt, Vielfalt der Kulturen, Vielfalt von Sprachen, Vielfalt von Traditionen, Vielfalt von Ländern. Vernünftig wäre es, diese Vielfalt zu erhalten und nicht durch Gleichmacherei zu zerstören. Wenn die EU weiter auf diese Gleichmacherei setzt, wäre es besser, wenn Deutschland die EU verlässt. Diese Gleichmacherei ist das gefährliche Bestreben linker politischer Kräfte. Ein Video zur linken Gefahr findest du oben unter dem i. Dazu kommt, dass die EU Deutschland mehr kostet, als sie uns bringt. Es gehen bislang jährlich über 26 Milliarden Euro aus unseren Steuergeldern an die Europäische Union. Anstelle mehr an der EU zu profitieren, soll Deutschland jetzt, nach dem Brexit, seine Zahlung sogar noch erhöhen. Wir bekommen jedoch nur 12 Milliarden von diesen Zahlungen zurück. Die Differenz von 14 Milliarden Euro fehlt für den Ausbau unserer Infrastruktur, für Schulen und Kindertagesstätten, den Straßenbau und vieles mehr. Wir zahlen mehr als alle anderen Mitgliedstaaten ein und sollen noch mehr zahlen. In diesen 26 Milliarden sind die freiwilligen Zahlungen und die Zahlungen zum Ausgleich der Corona-Aufwendungen noch nicht mal enthalten. Ein Video zu den Corona-Aufwendungen findest du oben unter dem i. Man kann unverblümt sagen, Deutschland zahlt für etwas, was weniger einbringt und in letzter Konsequenz auch noch Steuergelder für wichtige Dinge entzieht. Darüber hinaus für weniger Leistung und eine Einmischung in nationale Angelegenheiten, wie eingangs beschrieben. Deutsche Steuergelder sollten in erster Linie für das Wohl der deutschen Bürger eingesetzt werden. Wenn es allen gut geht, jedem einzelnen Bürger, und da noch etwas übrig bleibt, dann kann der Rest unser Beitrag zur Staatengemeinschaft sein. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. In dem Sinne ist sicherzustellen, dass das Auskommen von jedem unbeschwert ist. Jeder eine würdige Rente erhält und jeder ein Dach über den Kopf inklusive Heiz- und Energiekosten finanziell tragen kann. Jeder muss zu jeder Zeit immer genug zu essen auf dem Tisch haben und nicht Hunger leiden müssen. Wohlgemerkt, in Deutschland. Jeder muss die Gelegenheit bekommen, einen Teil durch Arbeit dazu beizutragen. Wenn dieses alles sichergestellt ist, kann man über die Landesgrenze blicken, ob anderen geholfen werden kann oder nicht. Eher auf gar keinen Fall. Wenn ein deutsches Unternehmen 26 Milliarden Ausgaben hätte, aber nur Umsätze von 12 Milliarden erwirtschaften würde, wäre das Unternehmen insolvent. Man sollte unser Land führen wie ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen und nicht wie ein Bankroteur. Da immer behauptet wird, es würden Gelder fehlen, würde der Beitrag an die EU einige Lücken schließen. Aus 14 Milliarden Minus im Jahr würden plötzlich 26 Milliarden Plus. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich freuen, euch in meinem Kanal und zu sehen, euch in meinem Kanal und zu sehen, euch in meinem Kanal.